Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in einem neuen Folge und auch neuen Let's Play. Im Endeffekt ist es ja, wir starten jetzt neues Abenteuer, starten von Astronir. Gut, Folge Nummer 3 ist es. Im Endeffekt ist jetzt der richtige Start erst hinzulegen und wir gehen da mal drauf und nach dem Intro gucken wir, was dann weiter passiert. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir auf Start drücken. Die Kapsel startet. Wie beim Tutorial auch. Stützt der ab? Nö, der landet normal, oder? Oh, da ist noch ein tiefes Loch daneben. Okay, normale Landung. Aktualisiert. Angekommen auf Silber, Landungskapsel verlassen, neue Mission, Astronirink-Rundlagen. Neue Mission, Lichter in der Ferne. Ja, wir werden erst mal raus hier, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir weiterkommen. Oh, da ist unsere Basis aus dem Ding gebaut und da kommt auch schon irgendwas anderes. Ja, für mich schon sehr stressig. Okay, Reise durch Aussage der Welt, gehen mit BASD, Laufen ist mit Shift, Springen ist mit der Leertaste, Orbit ist rechter Maustaste, zieh dich um, Orbit okay. Okay, Zoomen ist mit der mittleren Maustaste, ja. Ich finde es seltsam und interessante Objekte ist, der Cursor links halten, aufheben, fallen lassen, ist klar. L ist schnell verstauen wohl und aufheben ist mit F oder Shift plus linke Maustaste. Okay, da gibt es noch weitere Dinge. Aktionsrad, mit dem Aktionsrad hast du Zugriff auf viele nützliche Funktionen, öffne mit R, bewegen tue ich mich das Ganze mit der Maustaste dann wohl. Okay, Kompass, benutze den Kompass, um Orientierungspunkt im Auge zu behalten. Okay, weiß ich, wie man den Kompass macht. Und da gibt es noch die Astropedia. Schließen, drücke, Escape. So, jetzt kann ich mich mal mit der rechts der Maustaste erstmal umgucken. Da gibt es schon mal irgendwas. Sehe ich noch irgendwas anderes. Da hinten blinkt was am Bergspitze da. Das ist noch ganz hoch da, ne. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir hier tun müssen, aber wir werden was tun. Also ich glaube, Sauerstoff haben wir erstmal, ne. Oh, da ging schon mal die Tür auf. Kann ich da reingehen? Ja. Okay. Wer ist denn Schaffer? Betreten mit F. Was kann ich denn da drinnen machen? Ah, Spielstand wird da gespeichert. Okay. So, und was ist das hier für ein Ding? Untersuchen. Betrachter, verfolge den Status der Exos Trainings- und Erkundungsmission. Okay, hier kann ich irgendwas machen. Missionslogbuch. Betrachter und verfolge den Status der Exos Trainings- und Erkundungsmission. Äh, ja. Okay. Planetenfall. Angekommen auf Silber. Überlebe die Landung auf Silber. Habe ich gemacht. Astronierengrundlagen? Habe ich schon angeguckt, oder? Lichter in der fernen Decke. Eine Portalkammer. Finde eine der seltsamen Strukturen in einer Lichtsäule. Ausstrahlung. Belohnung für erfüllte Missionen. Bonus bei 500. Äh. Ach, das ist auch schon eine Mission. Oxygenator auspacken. Ist der Oxygenator in Unterkunft. Eine Druckung mit dem Stromzeug. Okay. Dieses Ding kann man nicht verbinden, oder? Nee, kann man nicht verbinden. Gut, das heißt, ich müsste jetzt gucken, dass ich irgendwas bastle. Gut. Äh, Verbindung, Sauerstoffgenerator bemischt, freigeschaltet. Kleiner Kanister, Werkzeug. Okay, da gibt es ganz viele Sachen, ist klar. Ich glaube, ich brauche als erstes den kleinen Drucker. Drücke kleine bis mittlere Gegenstände aus Ressourcen. Ziele im aktiven Zustand ein. ES-Energie. Mittelgroßer Drucker. Großer Drucker. Unterkunft. Okay. Was ist das? Verpacker. Ach so, da kann ich hier noch links-rechts-sliden auch noch. Okay. Okay. Die roten kann ich wohl noch nicht machen, Ben. Gut, okay. Das würde ich aber sagen, ist erstmal hier okay. Jetzt muss ich nur gucken. Ich muss ja irgendwie was basteln, ne? Kompass. Aha. Missionslogbuch und Forschungskatalog. Ach so, der macht dann automatisch was auf. Das wollte ich jetzt eher nicht. Ich wollte wieder... Ist das der Forschungskatalog, der mir da? Ach so, okay. Also freigeschaltet ist der, aber ich muss erstmal irgendwas besorgen, ja. Äh, ja. Aber ich kann hier erstmal gar nichts machen, ne? So, Sauerstoff ist immer wieder verbunden. Da ist schon mal was, was ich vielleicht abbauen könnte. Wenn ich denn wüsste, wie ich meine Waffe jetzt hier... Ah, da ist das Ding. Ja, Verbindung, Produktion. Gemisch benötigt. Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, kleiner Drucker. Aber ich hab noch nichts. So, dann muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal hier erstmal was einsammeln, oder? Warte mal, da links ist auch noch was. Ja, und wir müssen erstmal in der Nähe bleiben. Und ich glaube, hier geht's tief runter, ne? Ja, da unten ist auch noch was los. Irgendwann muss ich dann da mal gucken, was da so los ist, ne? Organische Ressource. Ist das auch eine organische Ressource? Weiß ich nicht. Ich muss erstmal bestimmt was einsammeln, hier. Ich muss mal meine Standardansicht haben. Ach, der läuft immer so, okay. Und ich gucke von da. Gut, äh, ja. Ne. Ich glaube, das war's nicht, was ich brauche. Ich brauche diese Rummen noch. Ne, ich muss erstmal Q drücken, man muss erstmal gucken. Erdzentrophur, alle verfügbar. Produktion. Ja, aber ich will den jetzt bauen. Wie geht dat? Organische Ressource. Ich brauche bestimmt was Besonderes an Material, um das zu bauen, ne? Ich muss ja auch diese Leitungen machen, ne? Die muss ich mit Tee irgendwie machen, oder wie war das? Und wieder schnell zur Basis zurück, wegen Sauerstoff. Jetzt haben wir schon ganz viel von dem Zeug hier in unserem Rucksack. Das ist vielleicht auch nicht gut, ne? Äh... Das kann ich jetzt hier auf der Plattform machen. Äh... Gegenstand Verbindung, plus eins. Aktiv. Aha. Portalkammer, soll ich... ...wann... ...wann... ...was ist das? Ne. Ich kann das erstmal als Lager nehmen, kann das sein? Also untersuchen wir dieses Ding wieder auf. Das will ich nicht machen. Ich will aus meinem Teil hier... ...das war es auch nicht. Ne. Das ist meine Wumme, das ist schon klar. Save 1 ist klar. Save 1 ist klar. Ich möchte jetzt das ablegen hier. Aha. Kann ich das da drauflegen? Also ich nehme das erstmal hier als Lager. Ich weiß noch nicht, ob es so richtig ist, aber ich mache das erstmal. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, wo hier was ist, so. So, ich muss mit dem Rand so gehen, ne? Ist das hier auch was brauchbares, oder ist das wohl nur Deko? Da oben ist was auf jeden Fall. Wann kann ich da unten reinfallen? Da ist auf jeden Fall ein tiefes Loch, da sollte ich aufpassen. Mal Sauerstoff fassen. Und dann würde ich da oben das mal holen wollen, weil da oben habe ich schon was gesehen, dass da noch was ist. Gut. Jetzt habe ich gemischt. Das war das, was wir brauchen. Okay, hier gibt es ganz viel gemischt. Ich baue da irgendwo was hin, aber ich weiß noch nicht wo. Los, wieder zurück. Sauerstoff ist nur noch die Hälfte. Da gehen wir erstmal spazieren und nehmen hier noch ein bisschen Grünzeug mit. Oder brauchen wir das ja auch gleich noch. So, Sauerstoff ist erstmal da. Und jetzt müssen wir hier was bauen. Kleiner Drucker. Gut. Der ist fertig. Jetzt kann ich den kleinen Drucker erstmal hier hinbauen, oder? Äh. Wollte drehen. Drehen ist ein bisschen schwierig in dem Spiel, glaube ich, mit Q und E ist das nicht. Ich baue den jetzt erstmal hier hin. Ach, jetzt habe ich zwei gebaut. Ist ja cool. Kabelstecker. Und jetzt sehe ich nicht, wo der dran er kommt. Da ist er. So, jetzt habe ich meinen Drucker hier erstmal. Ich weiß nicht. Kann ich den wieder verschrotten? Ich baue da erstmal hin. Vielleicht ist er ja nützlich und ich kann zwei benutzen. Da gibt es noch einen zweiten Stecker. Dann schließen wir den da an. So, und jetzt müssen wir da oben was reinlegen vielleicht, ne? F. Harz brauchen wir. Gemisch brauchen wir. Kupfer. Aber da kann man ganz viel reintun erstmal. Aber das hilft uns jetzt erstmal nicht weiter. Oder das Bio-Zeug. Das können wir auch gerade hier abbauen, ne? Äh. Nee. Nein, so weit reichte dann doch nicht. Organische Ressourcen. So, jetzt hier F. Den Stecker wollte ich nicht. Wollte das Gerät anpacken. So. Ich verstehe aber nichts von organischer Ressourcen, als der reinstecken kann, ne? Na, das war wieder nichts. Vielleicht gittert auch nicht. Na, dann lass uns der R erst. Da kann ja wohl nichts machen, ne? Oh, er atmet schon schwer. So, A-Stoff ist alle. So, das bedeutet, wir laufen wieder da hoch. Und gucken zu, dass wir da oben nochmal hinkommen. Um dieses Zeug zu holen. Lauf mal schneller. Boah, das ist einfach erstmal ab, ne? Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Aber wir müssten jetzt mal leider schnell zurück, sehe ich gerade. Und dann ganz schnell laufen. Weil wir brauchen schon wieder Sauerstoff. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, machen wir auch hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ihr das nächste Video oder gerade gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.